Herzlich Willkommen bei Snopes TV, heute wieder steigen wie man bei einem Samsung Galaxy J3 das Display wechselt. Übrigens Ersatzteile und Werkzeuge findet ihr unten in der Videobeschreibung verlinkt. Einfach mal durchlesen. Also nehmt auch Werkzeuge an und lasst uns loslegen, los geht's. So fangen wir mal an, als erstes schalten wir das Galaxy aus, wenn es überhaupt noch möglich ist. Als nächstes entfernen wir das Backcover und den Akku. Anschließend entfernen wir mit einer Pinzette eine Plastikabdeckung, denn darunter befindet sich das Display Flexkabel, was wir mit einem Plastiktool lösen müssen. Drägt jetzt das Samsung um und nehmt ein gewöhnliche Föhn und erhitzt das Display auf ca. 80 Grad damit wir es leichter entfernen können. Als nächstes nehmen wir ein flaches Werkzeug und lösen den gesamten Display raus. Bei diesem Modell war das Display schon sehr beschädigt, dass er sich komplett aufgelöst hat. Übrigens bitte achtet unbedingt darauf den Homebutton nicht zu verlieren. Gefällt dir was du gerade siehst, dann hast du jetzt Zeit mir einen Daumen nach oben da zu lassen. Vielen Dank. Nun können wir mit dem Rückbau beginnen. Als erstes den Homebutton wieder drauflegen. Anschließend nehmen wir das neue Display, entfernen alle Schutzfolien und schieben das Flexkabel durch den Schlitz und drücken es fester an. Bitte achtet darauf, dass der Homebutton an der richtigen Position sitzt, da er nicht fest verklebt wird, könnte es passieren, dass er rausspringt. So jetzt das Display Flexkabel wieder verbinden und dann die Plastikabdeckung wieder draufmontieren. Und als letztes den Akku und das Backup wieder anbringen und prüfen ob wir alles richtig gemacht haben. Wenn ja, sollte euer Samsung Galaxy J3 wieder aussehen wie neu. So Leute, ich hoffe ich konnte euch weiterhelfen, wenn ja, lasst mir ein Däumchen nach und da auf dieser Seite kommen wir zu weiteren Repetionen zu eurem Gericht und auf der anderen Seite findet ihr weitere Reviews auf meinem Kanal. Links und rechts findet ihr alle Social Media, auf denen ich vertreten bin und direkt unter mir könnt ihr mich kostenlos abonnieren, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.